Einer der bekanntesten und meist rezitierten Suren ist die Sura Yasin. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Sura Yasin ist das Herz des Korans. Wer sie um Allahs Willen und für das Gute im Jenseits rezitiert, dem wird vergeben werden. Rezitiert sie auf eure Verschorbenen. Aber ist diese Sura offenbart worden, damit sie rezitiert wird, wenn es einem schlecht geht? Oder soll sie uns nicht eher Vorstellungen über das Leben vermitteln? Denn jeder, der sich mit ihrem Inhalt beschäftigt, wird viele wichtige Botschaften in ihr finden. Eine dieser Botschaften ist die Geschichte eines Mannes, den Allah subhanahu wa ta'ala geehrt hat. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in dieser Sura über ein Volk, zu welchem zwei Gesandte kamen. Das Volk akzeptierte sie aber nicht und wollte sie vertreiben. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala und präge ihnen als Gleichnis die Geschichte der Bewohner der Stadt, als die Gesandten zu ihr kamen. Als wir zwei zu ihnen sandten, da bezichtigten sie beide der Lüge. Und so brachten wir durch einen dritten Verstärkung. Sie sagten, gewiss, wir sind zu euch gesandt. Sie sagten, ihr seid nur menschliche Wesen wie wir. Nichts hat der Al-Erbame herabgesandt. Ihr lügt nur. Sie sagten, unser Herr weiß es, wir sind wirklich zu euch gesandt. Und unsere Pflicht ist nur die deutliche Übermittlung. Sie ließen sich nicht von den Gesandten überzeugen. Selbst als Allah einen Dritten zur Verstärkung schickt, vielmehr fürchteten sie, dass wenn Propheten kommen und sie die Botschaft nicht annehmen, dass sie eine Strafe treffen wird. Deshalb wollten sie die Propheten mit aller Kraft aus der Stadt vertreiben. So erzählt Allah subhanahu wa ta'ala weiter. Sie sagten, wir sehen in euch ein böses Vorzeichen. Wenn ihr nicht aufhört, werden wir euch ganz sicher steinigen. Und euch wird ganz sicher schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Sie sagten, euer Vorzeichen ist bei euch selbst. Ist es ein böses Vorzeichen, wenn ihr ermahnt werdet? Aber nein, ihr seid maßlose Leute. Nach diesem Gespräch wurde das Volk entschlossener, diese Propheten zu töten. Als die Lage ausweglos schien, kam vom äußersten Rande der Stadt dieser eine Mann angelaufen, den Allah erwähnt. Über ihn wird überliefert, dass er ein kränklicher Mann war. So erzählt Allah subhanahu wa ta'ala über ihn. Und es kam vom äußersten Ende der Stadt ein Mann gelaufen. Er sagte, oh mein Volk, folgt den Gesandten. Folgt denjenigen, die von euch keinen Lohn verlangen und rechtgeleitet sind. Und warum sollte ich nicht demjenigen dienen, der mich erschaffen hat und zu dem ihr zurückgebracht werdet? Soll ich mir etwa anstatt seiner andere Götter nehmen? Wenn der Allerbarmer für mich unheilen will, nützt mir ihre Fürsprache nichts und sie können mich nicht erretten. Ich würde mich dann sicher in deutlichem Irrtum befinden. Gewiss, ich glaube an euren Herren, so hört auf mich. Er forderte sein Volk auf, den Gesandten zu folgen, die zu ihnen gekommen waren. Denn er erkannte die Wahrheit. Ihm war bewusst, dass der Mensch hier auf der Dunja geprüft wird, um zu sehen, welche Entscheidungen und Handlungen er setzt. Und er dann dafür am Tage des jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen wird. Und dass ihm nichts widerfahren kann, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht schon für ihn vorherbestimmt hatte. Als er das sagte, wandte sich das Volk ihm zu und töteten ihn auf der Stelle. Sie begannen ihn zu steinigen, während er sagte, oh Allah, leite mein Volk, denn sie wissen es nicht. Und sie steinigten ihn weiter und trampelten auf ihn herum, bis er eines gewaltsamen Todes starb. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt weiter, geh in den Paradiesgarten ein. Er sagte, oh wüsste doch mein Volk davon, dass mein Herr mir vergeben und mich zu den Geehrten hat gehören lassen. Für diese gewaltige Aufopferung und seinen Mut gewährte ihm Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies. Dies erlangte er, weil er zur Wahrheit rief und an ihr standhaft festhielt, während sein ganzes Volk gegen ihn war. Aber hier endet die Geschichte. Kein Volk, das die Propheten leugnete und die Zeichen für Lüge erklärte, konnte ihr Leben einfach so weiterleben wie zuvor. Egal ob es das Volk von Ad, Vermut oder andere Völker waren. Sie alle erhielten das, was ihnen für ihre Verleugnung zustand. Und das war die Strafe Allahs. Denn Allah subhanahu wa ta'ala berichtet weiter, wir sandten gegen sein Volk nach ihm keine Herrscher vom Himmel herab. Wir brauchten auch sonst nichts gegen sie herabsinnen. Es war nur ein einziger Schrei, da waren sie sogleich ausgelöscht. Allah sagt uns, dass er sich am Volk des Mannes rächte, nachdem sie ihn getötet haben. Jibril a.s. packte die Säulen am Tor ihrer Stadt und stoß einen einzigen gewaltigen Schrei aus, sodass jeder einzelne von ihnen tot zu Boden fiel. Diese Geschichte ist eine Warnung an jeden Tyrann, Unterdrücker und Verleugner dieser Botschaft. Gleichzeitig ist diese Sura auch eine Ermutigung für jeden, der sich an der Wahrheit festklammert, auch wenn Schwierigkeiten und Gefahren mit ihr einhergehen. Der Lohn, der auf einen wartet, wird dann die gleiche Heimkehr sein, wie die dieses einen Mannes. Und das ist das Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu einem Diener machen, wie den Mann aus der Sura Yasin. Allahumma amu. Muss brill ist eine Er tacos-Jerkung. Entschuldigung! Untertitelung des ZDF, 2020